Guten Tag, gerade noch schien doch alles so perfekt zwischen den beiden, zwei Jahre nach ihrer romantischen Heirat machten Stefan und seine Anna Carina den Eindruck, auf Wolke sieben zu schweben, sogar von einem gemeinsamen Kind war die Rede. Doch jetzt ist alles ganz anders, die beiden verstehen sich überhaupt nicht mehr, sie reden nur mehr, was sein muss. Doch nun gibt es Ärger im Paradies. Und die Fassade des Traumpaares beginnt zu bröckeln, die Trennung der beiden ist nicht mehr zu stoppen, wie es scheint. Anna pendelte zwischen Rust und Köln. Damit ging es mir nicht gut, seelisch wie moralisch. Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren, gibt Stefan ehrlich zu. Natürlich ist ihr ebenfalls bewusst, wie herausfordernd diese Zeit für ihre Ehe ist. Die vergangenen Monate waren wahrlich keine leichten. Stefan kam nicht damit klar, dass ich oft beruflich allein unterwegs war, aber ist somit auch ihr Traum von einer gemeinsamen Familie, einer glücklichen Zukunft geplatzt. Das Umfeld meint leider ja.